Du hast es geschafft, du bist bis zum dritten Video von The Frame gekommen. Wieder mit cooler Handbewegung, bitte selber vorstellen. The Frame, wer es nicht kennt, ist ein Bildschirm, der im Prinzip oder ein Fernseher von Samsung, der als digitaler Bilderrahmen verwendet werden kann. Und in diesem Video, dem dritten Video, geht es vor allem um, wie kriege ich eigene Bilder drauf, wie ist dieser ganze Kunstbereich zu sehen, sodass es tatsächlich wie ein Bild wirkt. Und das schauen wir uns an, wie das funktioniert, was cool ist und was vielleicht schlecht ist. Im ersten Video ging es übrigens über, was wird da mitgeliefert und wie kriege ich das Ding an die Wand, was sehr cool gelöst ist von Samsung. Und im zweiten Video über den sehr, sehr geilen Ambiente-Modus, der mich wirklich überrascht hat. Und im vierten Video, wahrscheinlich dem letzten Video, wird es darum gehen, die klassische Fernsehfunktion zu testen. Da gibt es auch noch ein paar Gimmicks, die schauen wir uns an und gucken, ob der The Frame auch als Fernseher taugt und nicht nur als digitaler Bilderrahmen. Alles, was ihr seht, was ich erwähne, ist unten in der Videobeschreibung. So, aber jetzt, let's go mit Kunst und eigenen Bildern. Damit man diesen Bereich nutzen kann, muss man den Fernseher mit seinem Handy verbinden. Das geht mit der Smart-Things-App von Samsung. Man verbindet einfach den Fernseher, hat dann im Prinzip eine Fernbedienung noch mit dabei. Und ja, der Kunstbereich, wenn man den anklickt, dort gibt es zwei Varianten. Durchsuchen und eigene Bilder. Durchsuchen ist im Prinzip der Samsung-Kunstbereich. Da kommen wir später nochmal drauf. Wir gucken uns jetzt unsere Fotos an. Das ist im Prinzip die Fotomediathek aus deinem Handy, aus deinem Smartphone. Dort kannst du jetzt auswählen, welche Bilder du als Collage oder als Bild auf den Fernseher übertragen möchtest. Du kannst ein Bild nehmen. Du kannst aber auch bis zu drei Bilder nehmen, die auf einer Collage dann drauf passen. Dort werden dir dann ein paar Möglichkeiten angeboten. Also man sieht jetzt da auch, der linke Bereich ist ein bisschen schmaler, der rechte Bereich ein bisschen größer. Und dann kannst du das Ganze noch verschieben. Du kannst da reinzoomen und somit quasi Ausschnitte festlegen. Es gibt in weiterer Folge, gucken wir uns auch nochmal an, dann nur noch Möglichkeiten, wie farblich den Rahmen ein bisschen einzustellen. Oder ob das größer aus, so ein Passepartout, ob das größer ausgeschnitten sein soll oder kleiner ausgeschnitten sein soll. Und es gibt ein paar wenige Bildeffekte, sehen wir uns auch gleich nochmal an, die das Ganze etwas teilweise natürlicher oder nach Kunst aussehen lassen. Also wie auch immer, man wählt sich seine Bilder aus. Man kann natürlich auch nur ein Bild nehmen und zieht die dann zurecht. Man kann mit der klassischen Fingerzoom-Funktion da auch nochmal reinzoomen und sich dann auswählen. Man startet dann eine Vorschau. Das wird dann auf den Fernseher übertragen. Das ist übrigens jetzt live. Und man sieht dann direkt, wie das Ganze aussieht, ob einem das gefällt und kann das dann noch verändern. Alle diese Funktionen, jetzt sehen wir hier auch die Farbe des Passepartouts, kann man dort eingeben. Es ist nicht vollgespickt mit Funktionen. Also es ist nicht super umfangreich, aber ich denke, es ist okay, damit auch nicht technisch affine Leute damit klarkommen. Ich hätte mir vielleicht jetzt gewünscht, dass da noch mehr Funktionen da sind. Das sind jetzt übrigens die Bildfilter, also die Fotofilter, die man hinten dran anwenden kann. Und da klickt man einfach an, dann wird das übertragen und dann kann man das live am Bildschirm sehen, ob das einem gefällt oder eben nicht. Viele der Filter sind so ein bisschen komisch, finde ich. Aber es gibt ein, zwei Filter, die tatsächlich das Ganze nach einem Bild, was man an der Wand hängt, hängen hat oder dass das ein bisschen mehr nach Kunst aussehen soll. So, ich habe jetzt hier dann zum Beispiel, man kann dann alles, was man gespeichert hat, kann man dort auch wieder aufrufen. Also man geht in das Handy rein, in die App und sagt hier, guck mal, ich habe hier Lil Santis Bobbycar mal fotografiert, möchte da jetzt einen Fotofilter drauf haben. Da ist nämlich jetzt schon einer drauf. Und das ist ein bisschen schade. Man sieht zum Beispiel nicht den aktuellen Filter, den man da aktiviert hat. Man sieht es jetzt auf dem Fernseher, aber man sieht es nicht auf dem Handy. Also man muss das immer ein bisschen in Kombination machen und hat dort dann eben die gezeigten Möglichkeiten, um das dann einzustellen. Alle diese Einstellungen übrigens kann man auch auf dem Fernseher direkt machen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass das nicht ganz perfekt ist, weil es gibt mit der App öfter mal Probleme. Ich habe öfter mal einen Error, dass ich ein Bild nicht hochladen kann, dass ich eine Collage nicht in die Vorschau geben kann etc. Was funktioniert ist, wenn man die App mal neu startet, das Handy neu startet, den Fernseher neu startet. Aber was ich nachhaltig empfehlen kann ist, versucht die Hauptfotos, die ihr haben wollt, einfach auf den Fernseher hochzuladen und die Collage am Fernseher zu machen. Weil das geht genauso wie auf der App. Das heißt, ihr braucht die App eigentlich nur als Übertragung. Wobei auf der anderen Seite ist natürlich die, ist es in der App etwas komfortabler, weil es schneller reagiert, weil die Übersichtlichkeit besser ist. Aber wie gesagt, wenn ihr öfter mal einen Error habt, ich habe keine Lösung dafür, vielleicht wird das auch nochmal rausgepatcht, dann ladet die Bilder einfach auf den Fernseher hoch und die ganzen Fotofilter und Passepartout-Kram und so weiter, das könnt ihr oder Rahmen, könnt ihr alles am Fernseher auch einstellen. Der hat die gleichen Funktionen. Jetzt zum Kunstbereich. In der App, wenn du auf den Kunstbereich gehst und einfach auf Durchsuchen klickst, kannst du im Prinzip zig Bilder dir angucken und aussuchen und die dann theoretisch kaufen und auf den Fernseher bringen. Und das ist das Thema. Ich finde, das ist auf der App nicht gut gelöst, weil man dort nicht ganz so klar sieht, was ist gratis und was kann man sonst hochladen. Das ist viel besser am Fernseher. Dort gibt es im Prinzip eigene Themenbereiche und dort kannst du direkt die Bilder auswählen und das sind jetzt hier zum Beispiel ein paar kostenlose. Und man muss schon sagen, mit diesem Holzrand, den wir da drin haben, wenn man jetzt noch irgendwie das Kabel vielleicht verstecken könnte, das sieht schon nach Bild aus. Also definitiv, wenn man reinkommt, würde man nicht erkennen, dass das ein Fernseher ist. Also gerade mit diesem Holzrahmen, ich habe den auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, sieht das schon cool aus. Und es gibt natürlich hier auch viele Bilder, die kostenlos sind. Ja, viele ist vielleicht zu viel gesagt, aber naja. Es gibt dann so eine Premium-Mitgliedschaft, ich glaube 50 Euro im Jahr oder sowas. Also es ist nicht ganz günstig. Und dann kann man natürlich sich zig Bilder da raufladen und draufpacken. Das Ganze am Handy zu machen, ist für das Stöbern, wenn man sich diese Mitgliedschaft gönnt, ist es okay. Aber ansonsten würde ich das direkt am Fernseher machen. Ah, da sieht man es eh nochmal, 49,90 Euro für das gesamte Jahr. Und das ist ein schönes Gimmick. Es sieht auch gut aus tatsächlich mit dem Rahmen, den wir da haben. Also wenn man das haben möchte, dann ist das eine sehr, sehr coole Sache. Also es ist auf jeden Fall sehr gut gelöst. Hier zeige ich jetzt nochmal ein paar allgemeine Funktionen. Also man hat so eine Favoritensammlung, eigene Fotos. Dort findet man im Prinzip alle Fotos, die man mal hochgeladen hat oder alle Collagen. Da ist jetzt die Hälfte verpixelt, weil Privatsphäre und so. Man kann da jetzt gewisse auswählen und zum Beispiel eine Präsentation starten. Man kann dann auch noch sagen, wie schnell diese Präsentation durchlaufen soll und ob die random durchlaufen soll etc. Das kann man jetzt alles da noch einstellen. Das ist also, wenn man nicht immer das gleiche Bild haben möchte, kann man jetzt hier definieren, dass jede Stunde da ein neues Bild kommen soll zum Beispiel oder alle drei Minuten. Und das ist eine schicke Sache. Finde ich cool, weil irgendwann hat man ja ein großes Sammelsurium. Wie gesagt, sorry, dass alles gepixelt ist, aber das ist Privatsphäre und Co. So, was es noch gibt. Also wie gesagt, man sieht jetzt hier den Rand Fotofilter und Favorit. Da sieht man auch nochmal, dass man alle Fotofilter auch am Fernseher auswählen kann. Und manche machen da echt was her, sodass das wirklich mehr nach Kunst wirkt. Also das sieht jetzt schon anders aus als das ganz normale Foto. Und das ist eine schöne Sache. Man kann auch am Fernseher und nur am Fernseher, in der App habe ich es nicht gefunden, kann man auch seine Fotos wieder löschen. Also man geht da in die Favoriten rein, in seine Sammlung und dort gibt es so ein Papierkorbsymbol. Ja, ansonsten seht ihr jetzt im Hintergrund noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Da geht es vor allen Dingen um den Bewegungsmelder auch und wie das Bild aussehen soll. Ich hatte ja schon in einem der anderen Videos gesagt, auf jeden Fall den Fernseher mit Bewegungsmelder nehmen, weil ansonsten läuft der halt, obwohl niemand da ist. Und man kann ja auch einstellen, wie lange der dann nachher noch aktiv sein soll, nachdem Bewegung erkannt worden ist. Und Licht ein- und Licht ausschalten erkennt der ja auch. Also klare Empfehlung, immer, wenn ihr den Frame holt, immer den mit dem Bewegungsmelder. Das ist auch den, den wir haben und der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Fazit zu der Kunst und eigene Bildergeschichte. Wir, habe ich ja schon mal erwähnt, haben den Frame gekauft, um eigene Bilder zu projizieren. Das funktioniert relativ gut über die App, funktioniert am Bildschirm auch gut. Also all in all ist es sehr gut gelungen. Man hätte vielleicht noch ein paar mehr Funktionen. Ich hätte mir noch gewünscht, dass die Collage vielleicht ein bisschen mehr individueller gestaltet werden kann. Aber ich verstehe, dass das für die breite Masse sein soll. Und wenn man technisch nicht so versiert ist, dann ist es vielleicht nachher auch ein bisschen fuddelig. Aber ansonsten, das ist hier also gut gelöst. Braucht man keine Angst haben, das ist sehr einfach. Manchmal mit den Errors ist es ein bisschen nervig. Wie gesagt, neu starten etc. Oder es am Bildschirm direkt machen, funktioniert auch gut. Der Kunstbereich hat mich gewundert, dass da so viel tatsächlich mit hohen Preisen verbunden ist. Also so ein Bild für 19 Euro zu kaufen, fand ich jetzt. Klar, wenn du das Bild in echt kaufst, zahlst du natürlich für einen höheren Preis. Das ist wahrscheinlich so, was das Marketing von Samsung denkt. Aber schlussendlich, wenn du den Fernseher kaufst, erwartest du eigentlich, dass da was dabei ist. Gott sei Dank gibt es ein paar Bilder, keine Ahnung wie viele, aber es sind schon einige, die kostenlos erwerbbar sind. Beziehungsweise also da runterladbar sind. Dementsprechend ist das auch okay. Und ich finde, wie gesagt, diese Funktion, auch gepaart mit der Ambiente-Geschichte, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Also deswegen, für uns war das ein absolut guter Kauf. Wir haben es nicht bereut. Und ja, das nächste Video geht, wie gesagt, nochmal um die Fernsehfunktion. Und dann sind wir eigentlich durch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und ja, alles, was ihr gesehen habt oder was ich erwähnt habe, steht unten in der Video-Info. Lohnt sich mal reinzugucken. Und ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute! Ja, ich danke fürs Zuschauen! Vielen Dank.